Man hat Ihnen oft vorgeworfen, in Ihren historischen Studien und Betrachtungen nach dem Motto vorzugehen, Männer machen Geschichte, also zu sehr sich an Einzelpersonen zu orientieren. Das gab es dann wieder beim Wallenstein auch, diesen Vorwurf. Ja, nun, bei Wallenstein ist nun das Gegenteil der Fall. Das zeigt doch die Ohnmacht der Macht oder die Ohnmacht der Überlegenheit. Er war geistig allen seinen Mitspielern und Gegenspielern überlegen. Im Grunde wollte er ja jederzeit Frieden haben. Er hat den Streit der Konfessionen zutiefst verachtet, eben darum sich viel mit Protestanten umgeben. Und er war der Ideenreichste. Und zeitweise schien er auch sehr mächtig zu sein, ohne es im Grunde zu sein. Denn das, was er wollte, hat er ja nie erreicht. Also das ist eigentlich die Tragödie der Ohnmacht des Überlegenen. Das ist doch ganz etwas anderes. Aber eben auch festgemacht an einer Person und nicht etwa an der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. Ja gut, man kann das eine und das andere. Man kann den ganzen Dreißigjährigen Krieg soziologisch beschreiben, nur die sozialen und wirtschaftlichen Folgen. Ich habe nichts dagegen. Aber warum denn den Menschen, der doch das Interessanteste an der Sache ist, völlig weglassen? Und dazu gehören ja auch die mächtigen oder scheinmächtigen Menschen. Ich bin auch da reiner Empiriker. Ich habe keine Theorie. Heute spricht man vom theoretischen Vorgriff. Das heißt, dass man von vorne schon weiß, was man finden will und dann auf Teufelkümmerhaus findet. Ich weiß nicht, was ich finde, wenn ich etwas zu studieren anfange. Nehmen wir zum Beispiel Bleichröder, damals den reichsten Bankier in Deutschland oder in Preußen. Und Bismarck, da würde man glauben, könnte man sagen, die Hochfinanz hat im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts auf die Politik, soziale und äußere, einen starken Einfluss ausgeübt. Bleichröder war der reichste Bankier in Deutschland. Die neuen Großbanken waren ja auch nicht erschienen, nicht wahr? Und er war Bismarcks Bankier. Er ist Bismarcks Sklave gewesen und hat überhaupt keinen Einfluss auf Bismarcks Politik gehabt. Er reint gar nicht, nicht wahr? Das kann man doch nur feststellen, wenn man es studiert. Vorher weiß man es nicht, nicht? Vorher bleibt es Papier, die These. Vorher bleibt es Papier. Ich glaube nicht an den theoretischen Vorgriff. Man weiß nicht, was man finden wird, bis man es gefunden hat, nicht? Ja. Ich wiederhole, ich bin Empiriker. Ich glaube nur an das, was ich finde und verstehe, nicht? 1933, im Frühjahr, bereiteten Sie Ihre berufliche Zukunft vor, auch ohne Vorgriff sozusagen, als ob alles in Ordnung wäre. Obwohl Sie bald schon die Immigration, die Ihre Eltern und die eigene vorbereiten mussten, die Ereignisse überschlugen sich dann in diesem Jahr. Aber im Frühjahr noch keine Rede von Immigration. Ja. Das war doch ein Gedanke. Nein, nein, ab März finde ich es mir unvermeidlich, nicht wahr? Ich habe zuletzt noch immer auf Bayern gehofft, nicht wahr? Aber wie dann auch in Bayern die Reichstagswahlen, doch den Nazis eine gewaltige Mehrheit gaben, nicht wahr? Und um die bayerische Regierung fluchtartig zurücktraten, das war für mich eigentlich die tiefste Enttäuschung, ich habe immer auf die bayerische Opposition gehofft, die ja zuletzt noch die lauteste gewesen war. Ich habe sogar heimlich auf eine Restauration der Monarchie gehofft, wie viele Münchner damals übrigens, da der Kompels Ruprecht von Bayern ja eine sehr bedeutende Persönlichkeit war. Dafür reichte es bei ihm auch keineswegs aus, nicht wahr? Der erwartete, dass er von Jungfrauen in weißen Kleidern empfangen würde und so nicht immer. Er war kein Louis-Napoleon, er war kein Staatsstreichler, das konnte er nicht sein. Das lag seiner Familie nicht. Also von da ab wusste ich, dass es meine Hoffnungen vergeblich waren, dass ich meinen Plan zuerst als Gymnasialeherer in Deutschland anzufangen nicht durchführbar war. Und dann verbrachte ich den Sommer bei meinen Eltern in Dakota-Syre, in Sanary, wo es von gestürzten Größen und neuen Immigranten nur so wimmelte, wo immer man sich in ein Café setzte, saßen ein paar gestürzte Größen, nicht wahr? Oder Bertolt Brecht oder Arnold Zweig oder wer es war? Und dann im Herbst ging ich nach Paris, nach Saint-Cloud, wo ich ein Hilfslehrerpöstchen Au-Pair bekam, also für Kost und Logis, nicht wahr? Ohne Gehalt. Da habe ich aber dann sehr, sehr viel gelernt in den vorigen Jahren. Das ist für mich vielleicht die intensivste Lehrzeit gewesen, die ich je hatte. Ich wollte schon, dass er sich von Deutschland trennte. Aber er hatte eine treue Lesergemeinde in Deutschland und noch konnten der erste und der zweite Band der biblischen Tetralogie, also die Geschichten Jakobs und der junge Josef, konnten ja noch in Deutschland erscheinen, nicht wahr? Und erst dann hat er sich endlich entschlossen, sich ganz öffentlich und dann mit äußerster Schärfe gegen das Dritte Reich zu erklären. Und dann kam die Ausbürgerung, wir wurden alle ausgebürgert und so weiter, nicht wahr? Bei mir war es siebenhaft, denn ich hatte ja mit meinem Namen noch kein Wort über oder gegen das Dritte Reich geschrieben, nicht wahr? Und damit war es dann aus und es war eine Erlösung für meine Eltern, muss ich sagen, dass es aus war. Denn diese Halbposition war nicht mehr halbbar nicht. Aber Ihr Vater, und das war vielleicht auch sein Problem, hat sich doch nie innerlich von Deutschland getrennt und war deshalb eigentlich doch immer ein Leidender von Deutschland. Das war er. Es gehörte zu seiner Identität und er hatte sich für einen Repräsentanten des deutschen Geistes gehalten. Er glaubte, dass er die schöne Gabe hätte, immer vielleicht etwas voraus zu sein, aber immer im Geist der Nation zu sprechen. Er hielt sich für ein Glückskind, für ein Sonntagskind, nicht wahr? Das führte zu einer schweren Identitätskrise im Jahre 1933, 1934. Es ging ihm damals sehr schlecht, nicht wahr? Er war aber froh über sein Asyl hier in Küssenacht am Zürichsee und als er endlich seine Arbeit wieder hatte, sein Haus, wenn es auch nur gemietet war, wieder hatte, hatte er wieder Boden, nicht wahr? Aber der späte Roman, der Dr. Faust, das zeigt doch, wie er in Deutschland hing und litt, nicht wahr? Bis zuletzt, nicht wahr? Aber einen deutschen alten Stils, das gibt es ja heute gar nicht mehr, nicht wahr? Ich meine, diese Art von, 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 ja, also, er war ein Deutscher im Stil von Schopenhauer oder Nietzsche, seiner großen Lehrer, nicht wahr? Er kam ja von Deutschland nicht weg, nicht wahr? Und da er, nicht wahr, es gibt diese schreckliche Teufelskapitel, was er für stärker hielt, als das in den Brüdern kam, also, ich glaube auch, ist es stärker, nicht wahr? Ja, und bald darauf kam der Lungenkrebs, der keiner war, aber doch einer war, und er war überzeugt, dass dieses Kapitel ihm diese Krankheit angehext hatte. So zehrend ist dieses Kapitel für ihn gewesen, nicht wahr? So sehr hat er sich hineingesteigert, dieses Teufelsthema? Ja, 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 es ist ja eine furchtbare Szene, ungeheuer kühn. Na ja, gut, später dann schrieb er also ein Buch, weil ihm das so wichtig war, die Entstehung des Dr. Forsters. Und da kommt nun Adorno vor, der ihm ja geholfen hat mit der Erklärung dieser Zwölfton-Theorie von Schönberg. Ich halte das überhaupt für einen Schaden, diese musikalischen Abhandlungen haben das Buch unnötig beschwert, aber es ist nun einmal so. Gut, Adorno kam vor in dem Buch die Entstehung des Dr. Faustus. Entsetzlich zu sagen, Hochkeimer kam nicht vor. Adorno war Theodor Wiesengrund. Äh, Theodor, Theodor W. Adorno, nicht wahr, und dann später nur noch, nur noch, ja, ja, der war eigentlich in dem, der war Theodor, Theodor Wiesengrund und Adorno war der Mutter, der Name seiner Mutter, glaube ich. Adorno eilte zu meinem Vater, unser Freund Hochkeimer ist in der höchsten Wut, er ist in ihrem Buch nicht vorgekommen. Da muss irgendetwas geschehen. Nun hat Hochkeimer eben ein neues Buch veröffentlicht, auf Englisch, und das müssen sie besprechen, in der New York Times, dann wird er zufrieden sein. Ich war damals, also 50 Meilen weiter, jenseits von was angewiesen im College. Meine Mutter ruft mich an, du musst über das Wochenende nach Hause kommen und die Kritik schreiben. Dein Vater hat einen Satz geschrieben und sitzt nun ganz verzweifelt da, er kommt nicht weiter. Der Jargon Hochkeimers ist ihm so total fremd gewesen, der arme Mann konnte einfach nicht und litten und furchtbar. Also ich musste mit meinem uralten Auto, da gab es noch keine Speedways, keine Autobahnen, ich musste natürlich die endlose Los Angeles sausen, am Samstag das Buch lesen und am Sonntag die Kritik schreiben. Als Ghostwriter für Thomas Mann. Als Ghostwriter für Thomas Mann. Ich bekam 150 Dollar dafür, das sind so viele wie 1500 Dollar heute, das war natürlich für mich eine große Annehmigkeit. Später dann, als Hochkeimer und Adorno auf das Scheißliste mich verfolgten und verleumdeten, so dass ich sie wegen Beleidigung oder Verleumdung hätte verklagen können, nicht wahr, hätte ich ihm eigentlich einmal das unter die Nase reiben müssen. Wissen Sie denn, wer damals die lobende Kritik über sie geschrieben hat? Dass das Rührende war, dass mein Vater einen ersten Satz geschrieben hatte und den habe ich stehen lassen. Und dann sagt er, es ist doch gut, dass ich wenigstens auch etwas beigetragen habe. Das ist eine rührende Geschichte eigentlich, was Thomas Mann betrifft, nicht wahr, aber eine erbärmliche, was diese beiden Lumpen betrifft. Ich bezeichne sie als Lumpen, nicht wahr, und weiß, was ich sage, ja. Das ist eine Rührende war, das ist eine Rührende war. Sind Sie nicht auch ein deutscher, alten Stil, zum Grunde Ihres... Ein bisschen schon, ja, ein bisschen schon, das ist richtig, das ist richtig. Aber ich habe in Frankreich viel gelernt und ich habe auch in Amerika viel gelernt. Ich bin, möchte ich sagen, eher zu lang in Kalifornien geblieben, wo ich ja dann nach dem Zweiten Krieg eine Stellung hatte. Sie hätten dort ein Auskommen finden können als Hochschullehrer, es wäre Ihnen gut gegangen, Sie hätten immer schönes Wetter gehabt und viele sind eben einfach in Amerika geblieben. Warum sind Sie zurückgekommen? Als Europäer. Ich habe mich immer ganz entschieden als Europäer gefühlt. Ich war mit 18 Jahren leidenschaftlicher Anhänger Graf Kudenhobis und seines Pan-Europas, nicht wahr? Ich habe immer an Europa geglaubt. Heute, wo es ja nun nahe scheint, ich sage scheint, interessiert es mich nicht mehr so brennend, aber trotzdem bin ich froh, dass es etwas dergleichen gibt. Der Jammer ist, ich möchte sagen, die Schande ist, dass die innereuropäischen Kriege erst dann aufgehört haben, als das ganze Europa zu schwach geworden war, der weiten Welt gegenüber, um überhaupt noch einen innereuropäischen Krieg zu erlauben. Plötzlich waren alle Gegensätze der Vergangenheit erschienen lächerlich. Was sie ja auch waren. Die Schande und die Schmach war eben, dass es zum Ersten Weltkrieg kam, der ja die Mutter des Zweiten war und aller Katastrophen der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts war. Das war schon ein schmählicher Anachronismus und Blindheit der Militärs, nicht wahr? Und ebenso blinder Politiker, die es in allen Ländern gab, keineswegs nur in Deutschland, keineswegs nur. Die Deutschen waren nur dumm genug, die Kriegserklärung von sich zu geben. Hätten sie es nicht getan, hätten es die anderen getan. Ungefähr so ist es. Und dieses Europa brachte Sie wieder zurück, weil Sie einfach glaubten, dass es ein besseres Gefühl sei, Teil dieses Ganzen zu sein. Ja, und dass ich hier in deutscher Sprache schreiben konnte. Ich habe nie ein Buch auf Englisch geschrieben, auf Amerikanisch. Ich habe Essays geschrieben, Buchkritiken. Ich habe auf Englisch gelehrt, aber ich habe nie ein Buch geschrieben. Und ich wollte es auch nicht. Ich konnte kein Buch auf Englisch schreiben, weil das... Kleinigkeiten, ja, aber dafür brauchte ich ein deutsches Publikum nicht. Ein deutsch lesendes Publikum nicht. Also auch hier wieder eigentlich der Drang, schriftstellerisch tätig zu sein, und zwar in der deutschen Sprache. Ja, und das in meiner Sprache. Alle anderen Sprachen konnten sehr schön sein. Es hat mir, also, zeitweise habe ich Französisch beinahe wie ein Franzose gesprochen. Man hielt mich für einen Lothringer oder so. Nicht, das ist halt wieder vorbei, weil ich dann so lange nur Englisch rede. Das hat mir schon Spaß gemacht. Das Französische gibt einem ein bisschen Flügel in seiner Eleganz, nicht wahr? Ich kann auch seine komische Seite haben, als Deutscher auch nicht. Aber ich konnte kein Französischer Schriftsteller werden, und ich konnte kein Amerikanischer Schriftsteller werden. Das konnte ich nicht. Und so kam dann eben in Deutschland allmählich mein Aufstieg als Schriftsteller, ich möchte sagen, im deutschen Sprachraum, nicht wahr? Ja, ja.